Werner, der Kupferkessel-Fetischist, oder? Ja, genau. Da wird nicht gebraut mehr, oder? Nein, nein, das ist eine Deko-Haube. Wir haben das Bauhaus hier am 11. Mai 2001 eröffnet. Damals war Kupferhauben Notstand. Ich bin glücklicherweise über die Hürdimann, an deren ihre ehemalige Pfanne gekommen. Glückes Geschick, Baujahr 1898. Dann haben wir die von der Hürdimann erworben können und haben sie dann ein bisschen hergerichtet und hier eingebaut. Also hier im Brauhaus in Böblingen. Hürdimann eingebaut. Jawohl, Hürdimann. Mir schmerzt das Herz, oder mir tut das Herz heute noch weh, dass diese schöne Brauerei leider geschlossen worden ist. Ich glaube 1998 war das.